Wir wollen nachweisen, dass auch Momentenvektoren hinsichtlich ihrer statischen Wirkung entlang ihrer Wirkungslinie verschoben werden dürfen. Wir betrachten dazu einen einfachen, quaderförmigen Körper, an dessen Stirnfläche ein Moment in Richtung der dargestellten Längsachse angreift. Der Momentenvektor darf durch ein statisch-äquivalentes Kräftepaar ersetzt werden. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wählen wir den Abstand A so, dass das Kräftepaar exakt an den Außenseiten der Stirnfläche angreift und vertikal ausgerichtet ist. Bezüglich der Intensität gilt offensichtlich M0 ist gleich F multipliziert mit A. Soweit haben wir lediglich auf unser altes Wissen aus Lerneinheit 4 zurückgreifen müssen. Dem Leersatz 3 entsprechend werden nun an der rückwärtigen Stirnfläche an jeder der beiden Außenseiten jeweils eine Gleichgewichtsgruppe hinzugefügt. Beide Gleichgewichtsgruppen bestehen jeweils aus zwei senkrecht ausgerichteten Kräften, die, genau wie im Kräftepaar, vom Betrag F groß sind. Unsere Absicht ist es, das in der vorderen Stirnfläche befindliche Kräftepaar gewissermaßen in die hintere Stirnfläche zu verschieben, was das Analogon zu einer Verschiebung des zugeordneten Momentenvektors entlang seiner Wirkungslinie darstellt. Um unsere Absicht zu verwirklichen, bedarf es lediglich einer geschickten Zusammenfassung der nunmehr sechs anwesenden Kräfte, F, zu den gewünschten zwei Kräften in der hinteren Stirnfläche. Der Trick besteht darin, zunächst auf der linken Seite die in der vorderen Stirnfläche nach oben gerichtete Kraft F sowie die in der hinteren Stirnfläche nach unten gerichtete Kraft F als Kräftepaar mit der Intensität M ist gleich F multipliziert mit B aufzufassen und durch einen Momentenvektor zu ersetzen. Damit haben wir folgenden Zwischenstand erreicht. Das gleiche Spielchen wiederholt sich nun auf der rechten Seite. Dort fassen wir die in der vorderen Stirnfläche nach unten gerichtete Kraft F und die in der hinteren Stirnfläche nach oben gerichtete Kraft F als Kräftepaar ebenfalls mit der Intensität M ist gleich F multipliziert mit B auf und ersetzen es durch einen Momentenvektor. Damit haben wir fast den gewünschten endgültigen Zustand erreicht. Es ist nun offensichtlich, dass die beiden auf diese Weise erzeugten Momentenvektoren entgegengesetzt gleich groß sind und somit eine Gleichgewichtsgruppe bilden, die wir wiederum gemäß dem Leersatz 3 entfernen dürfen, ohne etwas an dem statischen Zustand des Körpers zu verändern. Wir haben unser Ziel bereits erreicht. Das Kräftepaar ist tatsächlich von der ursprünglichen Position in der vorderen Stirnfläche in die neue Position in der hinteren Stirnfläche verschoben worden, ohne den statischen Zustand zu verändern. Es bleibt lediglich übrig, anstelle des Kräftepaares wieder zurück auf die Darstellung als Momentenvektor zu wechseln. Die Intensität ist wie ursprünglich auch M0 ist gleich F multipliziert mit A. Wir sehen nun, dass dieser Positionswechsel einer Verschiebung des Momentenvektors auf seiner Wirkungslinie entspricht. Die Entfernung zwischen den vorderen und der hinteren Stirnfläche ist dabei prinzipiell keiner Einschränkung unterworfen, insofern ist unser Ergebnis allgemeingültig und die Länge der Verschiebung beliebig.